Die neue Ohrschneid-Season ist jetzt online. Vergiss niemals, den Creator-Code freundlich einzugeben. Du Lachen, du Elektrofliegen-Klatscher, wird alles wegficken. Guten Morgen, mein lieben Friends. Möder, das Video ist gleich online. Was ist denn drauf? Was hat? Möder, irgendwie versucht YouTube immer meinen Ton aus den Videos zu entfernen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es gibt zwei, drei Stellen im neuen Video, wo es einfach so für ein paar Sekunden keinen Ton gibt. Sorry, kann leider nichts dafür. Ich werde das Video jetzt aber nicht runternehmen und neu hochladen. Möder, Jan zieht endlich in meinen Keller ein. Ich habe ein bisschen Einrichtung geholt. Ehrenmann. Möder, wir haben sehr viel schon erledigt. Heute, um 22.30 Uhr circa, kommt das schmerzhafteste Fußballspiel der Welt. Das ist so ein geiles Video, Alter. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich höre mir so random in Autos einen arabischen Song an, den ich früher gehört habe. Und gehe so random in die Kommentare. Er ist einfach ein Kellerwerter, ein Top-Kommentar. Ich küsse deine Ehe, Alter. Ich bin so gleich alt. Freunde, wir waren hier gerade am Essen und ich habe 20% mehr Essen bekommen, denn in diesem Feld hier. Doch. Das war schon ein Schleiß. Okay, Freunde. Ein sehr heftiges Video. Kommt jetzt online. Campt. Ich wurde hier genötigt, eine Story zu machen, damit ich euch sagen kann, Fußball brutal auf Nägeln und Legosteinen lädt gerade hoch. Und es ist in vier Minuten so weit. Das war kein Baby. Nein, das war Can. Seid ihr bereit? Der erste Angriff geht los. In drei, zwei, eins. Das war ein Tor. Jungs, Bilal nimmt immer die aufwendigeren Videos von uns auf. Folgt dem Bruder mal auf Ehre und supportet ihn ein bisschen für seine Arbeit. Er braucht immer sehr viel Zeit für diese Videos. Und kommt alleine mit Herz. Richtige Ehren, Bruder. Ich danke dir. Oh, Macarena, komm mit mir heute an die Riviera. Ich bin so vier, blau, ein paar Mal nöder. Hier den Nacht, jeden Tag, mi amor, mi amor, mi amor. Oh, oh, oh. Oh, Macarena, oh, Macarena. Ich bin so vier, blau, ein paar Mal. Vielen Dank.